Ja, wir sind es. Wir zwingen die Gesundheitsindustrie dazu, uns krank zu machen und sind uns dessen nicht bewusst. Dazu ist es wirklich sinnvoll, die gestrige Sendung immer wieder zu hören, bis sie verstehen, dass wir es sind, die die Gesundheitsindustrie dazu zwingt, uns krank zu machen. Wir zwingen die ganze Gesellschaft, unser Leben zu ruinieren, weil wir nicht verstehen, dass Gesellschaften einfach nicht funktionieren können ohne starke positive Anreize. Und wir glauben immer, dass es alles gut gehen könnte, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir positive Anreize setzen müssen oder setzen können. Ja, die gestrige Sendung unbedingt schauen. Und Nachhilfe für Parteien in echter Psychologie gegen Pseudoreform Deutschlands. Im Moment neigen ja, alle Parteien neigen ja dazu, sie haben vielleicht mal irgendwo irgendwas, irgendwo ich Pseudopsychologie in der Frauenzeitschrift gelesen und jetzt denken sie, sie könnten ein Land regieren, weil sie die Menschen verstehen würden. Nein, alles, was sie an Psychologie überall kriegen, ist alles Pseudopsychologie, Pseudowissenschaft. Es ist alles sozusagen, es ist so, dass die meisten Psychologen, wenn sie praktizieren, überhaupt keinen Bezug zur echten Psychologie haben. Die haben meistens Schwierigkeiten zu verstehen, also die naturwissenschaftlichen Teile der Psychologie zu verstehen. Die meisten Studenten haben auch Probleme damit, mit Statistik und wissenschaftlicher Methodenlehrer zurecht zu kommen. Da sind sie also schon mal schlecht, weil sie auch schon in der Schule vielleicht schlecht waren, in Mathematik und so weiter. Schluckwasser. Hier unten an dem rundlichen Ding grundsätzlich immer schneller drehen beim Schauen. Ja, und wenn man dann eben im Studium schon quasi mit der Naturwissenschaft nicht zurechtkommt und mit der Mathematik nicht zurechtkommt, dann ist man eben am Ende macht man Pseudopsychologie. Denn es gibt in der Psychologie durchaus echte, knallharte Naturwissenschaft und damit durchaus Wahrheit. Der Rest ist dann Pseudowissenschaft. Da geht es um das Geschäft der klinischen Psychologie, der behandelnden Psychologie. Da geht es um solche Märchenwelten wie Verhaltenstherapien, kognitive Verhaltenstherapien, die noch am vernünftigsten ansatzweise manchmal sind. Aber im Prinzip ist das alles dann nur noch Pseudowissenschaft, weil es geht darum, Geld zu machen bis hin zur Psychoanalyse und so weiter. Ich bin auch am Anfang darauf reingefallen, weil man als Psychologiestudent erst mal auf das reinfällt, auf diese ganzen pseudowissenschaftlichen Anteile. Aber echte Psychologie ist also im Prinzip, ist echte Psychologie heute eine Einheit aus naturwissenschaftlichen Teilen der Psychologie, aus Psychobiologie, Evolutionspsychologie und Evolutionsbiologie. Und alles andere ist gar keine Wissenschaft, sondern das ist falsche Vorstellung. Und wie ist denn der Mensch nun wirklich? Wie muss man ihn sehen, wenn man ihn behandeln will? Der Mensch von heute ist in den letzten 400.000 Jahren zu einem Fassaden gewesen geworden. Also wir müssen als erstes vielleicht einmal sagen, war meine Zeit als Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse, war das eine verschenkte Zeit? Nein. Weil etwas, was sie brauchen, um ein Land zu regieren, ist, sie müssen Erfahrung als Psychotherapeut haben. Wenn sie das nicht haben, wird es ziemlich schwierig. Dann müssen sie irgendwie anders ein Genie sein, so wie viele unserer Professoren von nextscientistsforfuture.de und Weltrat. Da gibt es auch viele, die wohl nicht als Psychotherapeuten gearbeitet haben und trotzdem das richtige Gefühl für die Sache entwickelt haben. Aber es ist schon sehr vorteilhaft, auch mal ein, zwei Jahrzehnte als Psychotherapeut gearbeitet zu haben, weil sie dann eines lernen. Und das ist das wenige Gute dieses Berufes. Wir haben ja die VIAT entwickelt, die vorteilbringende Irrtümer-Abbau-Therapie, die dann als einzige wirklich gute Psychotherapie, als echt naturwissenschaftliche Psychotherapie übrig bleiben wird, sozusagen, wenn erst einmal die Leistung von Psychotherapeuten gemessen wird und deren Wirkung sozusagen. Ja, aber das wenige Gute des Berufs ist eben, dass wir Selbstwahrnehmung lernen. Ja, ich habe in meinem Leben so circa 2600 Stunden Selbsterfahrung, Lehranalyse und wie auch immer man das nennt, also Anwendung von Methoden auf mich selber kennengelernt und dadurch lernt man die Selbstwahrnehmung. Man lernt sozusagen zu erkennen, wie man selber wirklich ist als Mensch. Und damit lernt man über Introspektion sehr viel darüber, wie Menschen generell wirklich sind. Und man lernt, wie man durch die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten der Gesellschaft von Kind an seine Natur, seine wahre Natur unterdrückt, seine liebevolle Natur Stück für Stück unterdrückt, seine sexuelle, erotische Natur Stück für Stück unterdrückt und wegdrückt sozusagen. Und wie man dann eben zum konsumsüchtigen Menschen wird, für den Essen oder andere Süchte übermäßig wichtig werden. Bei mir ist es in erster Linie immer nur das Essen. Die anderen haben andere Süchte, da spaltet sich das ein bisschen auf. Da geht es einmal in die Zigaretten-Sucht, in die Alkohol-Sucht, in die Süßigkeiten-Sucht und in die XY-Sucht. Und bei mir ist es halt nur die Sucht, zu viel von den gesunden Sachen zu essen, sozusagen. Und die anderen haben halt noch ganz andere Süchte. Die haben dann noch die Reisesucht. Es gibt so viele Möglichkeiten, süchtig zu handeln im Sinne einer Ersatzbefriedigung. Ja, und wie ist der Mensch dann von heute? Wie wird man dann als Mensch? Man wird ja eigentlich ein Fassadenmensch. Also der Mensch von heute ist ein Fassadenmensch. Wenn man nicht diese Introspektion hat, also diese Selbsterkenntnis nicht hat und Selbstwahrnehmung nicht hat, dann übernimmt man die vorteilbringenden Irrtümer der Spaten, also übernimmt diese parasitären Meme oder Killerviren des Geistes und die werden quasi zur zweiten Natur. Man identifiziert sich sozusagen mit den parasitären Memen und wird mit ihnen quasi identisch. Und dadurch wird man ein Fassadenmensch. Ja, und wir alle sind gewohnt zu vertrauen den Fassaden, die wir kriegen. Die Menschen sind aber durch diese Fassade sind sie sozusagen außen hui und innen fui. Denn sie tragen zum Beispiel, ein Bäcker trägt in sich die vorteilbringenden Irrtümer seiner Zunft und die glaubt er. Er glaubt, dass seine Backwaren und Zuckerwaren irgendwie ein wertvoller Teil der gesunden Ernährung der heutigen Menschen darstellen. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Das Zeug ist alles krank machen. Ich habe es gerade letztens wieder gemerkt, ich habe mal wieder Getreide gegessen, also brotartige Dinge oder Produkte, die aus einer Bäckerei stammen. Und dann ging es mir natürlich wieder dreckig, denn das Zeug hat, ich hatte ja letztens mal erzählt, dass ich letztens so rheumatische Schmerzen bekommen hatte. Diesmal habe ich Sodbrennen bekommen. Und das ist auch typisch für Bäckereiprodukte, dass sie da also Sodbrennen kriegen, weil das einfach schädlich für unsere Körper ist. Und wenn sie kein Sodbrennen bekommen, dann nur deswegen, weil sie eben von diesen giftigen Sachen nur etwas weniger essen, bevor der Schaden richtig groß wird. Aber trotzdem ist es schädlich, ja? Also trotzdem wird ihr Körper angefressen. Nur kriegen sie vielleicht nicht sofort Sodbrennen davon oder nicht sofort rheumatische Schmerzen in den Händen oder so davon, sondern das dauert noch ein bisschen, ne? Aber sie arbeiten dann an der Zerstörung ihres Körpers. Ja, aber das ist eben dieses Außen-Hui-Innen-Pfui. Die Fassade ist immer, oh, ich mein's gut, ich will sie gesund ernähren. Dann ist da der Vorteilbringende Irrtum, aufgrund dessen man wirklich glaubt, dass man Gutes täte. Und faktisch ist aber das Wirkliche, das Innen- oder hinter der Fassade, hinter dieser guten Fassade und der Fassade des Gutmenschen, ist das schlechte Handeln. Ja, man kann es wirklich nochmal so zusammenfassen. Das ist echte Psychologie, Psychobiologie, Evolutionspsychologie, Evolutionsbiologie. Durch Vorteilbringende und alles andere können Sie vergessen, alles andere an Psychologie ist Pseudowissenschaft, ja? Durch Vorteilbringende Irrtümer sind die Menschen zu Fassadenmenschen geworden. Der gute Schein nach außen hin, die Fassade, das selber Glauben an die eigenen Vorteilbringenden Irrtümer und das faktisch schlechte Handeln, was hinter der Fassade steckt und unsichtbar dort ist. Und wenn man Selbstwahrnehmung gelernt hat und Selbsterkenntnis in dem Beruf als Psychotherapeut, und wenn man das richtig gelernt hat, dann erkennt man ja, hoppla, was ich mache als Psychotherapeut, ist ja eigentlich, dass ich bestimmte Verfahren anwende, die mir Geld bringen, aber den Kunden keinen Nutzen bringen, sondern vielleicht sogar eher großen Schaden anrichten, weil sie ihnen nicht die Wahrheit sagen, nämlich, dass die einzige echte Hilfe ist, Vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, ja? Ich hätte damals sagen müssen, hier das ganze Spektrum von Psychoanalyse bis Verhaltenstherapie, von Gestalt bis Psychodrama, das ist alles, das führt sie alles in die Irre. Sie müssen gucken, wo sie das Opfer von Vorteilbringenden Irrtümern werden. Wir müssen eine V-I-A-T machen, sie müssen gucken, und wir zusammen, eventuell brauchen sie, ja, wir müssen gucken, dass wir die Vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killer-Viren des Geistes, aus ihrem Kopf rauswerfen, und dann werden sie ein natürlicher Mensch, der zu seiner natürlichen Sexualität innerlich steht, nicht mehr daran erschrickt und sozusagen und eben nicht eine verrückte Tendenz hat, Sexualität in der Welt und in der Gesellschaft und in sich selber zu verfolgen, nach bestem Wissen und Gewissen. Gucken Sie doch mal an, äh, gucken Sie doch einmal an, wie, äh, ich glaube, Sie können heute, Sie können sogar, Sie, vielfach sind Bankräuber sogar positiv gesehen worden. Ich denke da an die, die Jesse und Frank James oder an, äh, da gab es auch einen Bankräuber, den ich persönlich, äh, kenne, äh, der wurde sogar im Fernsehen öfters eingeladen und so weiter und, äh, dann gab es auch immer mal Filme über irgendwelche Bankräuber oder so, ja, und das wird eher, äh, positiv gesehen, aber sobald Sie sagen, Sie haben jetzt keinen Bankräuber, sondern einen Sexualitätstäter, ja, dann ist es alles ganz anders. Das ist richtig schlimm, weil die Sexualität ist die, äh, Glücksquelle der Menschheit, die am meisten unterdrückt werden muss durch vorteilbringende Irrtümer, äh, damit die Leute am stärksten kaufsüchtig, konsumsüchtig und shoppingsüchtig werden, na. Ja, und die Staatsanwaltschaft, das, wenn wir das mal psychologisch beleuchten, ist es eben so, ja, die Staatsanwaltschaft muss Verbrechen schaffen, weil es gibt einfach nur dann mehr Karrieremöglichkeiten für neue Staatsanwälte und ich selber kann als Staatsanwalt nur dann richtig gut Karriere machen, wenn ich selber an vorteilbringende Irrtümer glaube, aufgrund derer mein faktisches Handeln schlecht ist und Verbrechen eher fördert. Und genau so ist es dann auch tatsächlich in der Praxis, ja, wenn man Erfahrung hat mit diesen Dingen, dann sieht man ja genau so läuft das auch, ja. Ja, und so ist die wahre Psychologie, echte Psychologie, ist also quasi, äh, gute Absichten als Fassade und dahinter grottenschlechtes Tun und Handeln und das beides geht wunderbar zusammen, denn der Mensch ist von der Psyche her sozusagen völlig flexibel, das ist sozusagen, die Psyche ist etwas Freiflottierendes, ja, also der Mensch ist ein natürliches Lebewesen und da geht es darum, an die Ressourcen ranzukommen, zum Beispiel an Futter und an Eizellen oder hochwertige Eizellen oder Spermienzellen und die Psyche, die ist völlig flexibel. Was der Mensch sich und anderen vorspielt und einredet, ist völlig flexibel. Hauptsache am Ende kommt am meisten Futter raus und mehr Zugang zu hochwertigen Eizellen oder Samenzellen, ne, und darum geht's, also faktisch gilt, erst kommt wirklich das Fressen und die Eizellen und die Samenzellen und dann die Moral, ne, Berthold Precht hat das schon richtig erkannt, ja, das ist schon ein, eine naturwissenschaftliche Zentralerkenntnis, und und das war früher überhaupt kein Problem, denn vor 400.000 Jahren da waren Fassade und Gutes Tun tatsächlich eine Einheit. Gute Fassade und Gutes Tun waren eine Einheit. Aber das ist eben der Punkt. Die Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung bedeuteten, dass wir ab dem Moment in Gesellschaften leben, hochkomplexen Gesellschaften und ab da galt der Satz, Gesellschaft kann niemals funktionieren ohne starke positive Anreize, diese positiven Anreize sorgen dann dafür, dass quasi gutes, also schlechtes Handeln und schlechtes Tun ausstirbt, die dazugehörigen vorteilbringenden Irrtümer aussterben und nur gutes Tun übrig bleibt. Aber genau das haben wir nicht gemacht und deswegen ist unsere Welt jetzt, in den letzten 400.000 Jahren sind unsere Gehirne weltweit angefüllt worden mit lauter vorteilbringenden Irrtümern und unsere Welt besteht fast ausschließlich aus schlechten Handlungen, aus schlechtes Tun. Und nur das ist echte Psychologie, alles andere ist Pseudopsychologie, die allerdings weit verbreitet ist. Wir haben ja riesige Pseudowissenschaften überall und so weiter. ja, und dann muss man sich noch mal klar machen, die NGOs, also oder erst noch mal der Satz hier, unsere Gesundheitsindustrie, das ist eben auch so, sozusagen immer die Fassade ist gut und die Gesundheitsindustrie hat ganz viel getan, dass die Leute niemanden mehr vertrauen in der Welt als der Gesundheitsindustrie, aber tatsächlich ist das die schädlichste Instanz, die es für unsere Gesundheit in der Welt gibt, ist die Gesundheitsindustrie, das ist auch wieder Fassade, dann wirken die vorteilbringenden Irrtümer, dadurch glaubt der Mensch selber, dass er Gutes täte, aber sein Verhandeln ist faktisch schlecht und maximiert eben wieder sein Futter und seinen Zugang zu den hochwertigen Eizellen oder Samenzellen, dass dabei die anderen Menschen drastisch geschädigt werden und manchmal auch die eigene Gesundheit drastisch geschädigt wird, weil ja auch die vorteilbringenden Irrtümer ja auch dazu führen, dass sich Ärzte auch selber zum Beispiel schlecht behandeln medizinisch, also eher gesundheitsschädlich mit sich selber umgehen, ja das ist halt die Folge davon, aber so ist das halt, wobei es dann auch manchmal so eine Diskrepanz gibt, man findet immer wieder mal irgendwelche Studien, gibt es immer wieder mal, wo sich dann rausstellt, dass die Ärzte, die Behandlung, dass er viele Ärzte die Behandlung, die sie bei anderen anwenden, die täglich anwenden, um normal Geld zu verdienen, dass sie diese weder bei sich selber anwenden, noch bei ihren eigenen Kindern, da ist dann schon sowas wie, dass dann die vorteilbringenden Irrtümer, da ist so eine Art Teilbewusstheit, ja, da ist dann sowas wie, da ist so eine leise Ahnung, dass die vorteilbringenden Irrtümer, auf deren Grundlage man so im Alltag arbeitet, in der Gesundheitsindustrie, dass die vielleicht doch nicht ganz die Wahrheit sind, und dann ist man bei eigenen Kindern und beim eigenen Körper und der eigenen Familie dann doch vorsichtiger, ne, gut, da gibt es also sozusagen, da gibt es wahrscheinlich das ganze Spektrum, manchen wird das Vollbewusstsein, die das dann, also, die dann einfach aktiv und bewusst lügen und betrügen, um einfach gut zu verdienen, und dann wird das andere geben, denen ist gar nichts bewusst, und die werden dann auch bei ihren eigenen Kindern, die gefährlichen, die gleichen schlechten Behandlungsformen anwenden, wie sie sie auch bei allen anderen anwenden, also da gibt es dann sicherlich ein Spektrum von wie weit ist mir selbst das Irrtumshafte eines vorteilbringenden Irrtums, eines parasitären Memes, eines Killer-Virus des Geistes selber bewusst und wie weit nicht selber bewusst, ja und NGOs sollten wir in Zukunft immer verstehen als Teil der Sozialsparten, wir haben ja sehr viele Sozialsparten, die Arbeitsamt-Mitarbeiter, die Leute, die sich um Asylanten, um Parallelgesellschaften, um Migranten und 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 kümmern und die NGOs, die sich so, die sozusagen das Soziale sind für die gesamte Welt, für die Armen in aller Welt, ich habe ja letztens einen Brief sogar bekommen von irgendwie sowas ähnlichem wie Welthungerhilfe oder irgend sowas, ja, das war nochmal richtig schön zu sehen, wie da alle Mittel der Manipulation und der Versuch, der Versuch sozusagen moralische Erpressung durchzuführen und moralische Unterdrucksetzung, um eben Spenden zu erbetteln und zu erpressen moralisch und so weiter. Das heißt also NGOs müssen wir als Sozialsparten verstehen mit der Besonderheit, dass sie nicht nur, nicht in erster Linie nur Sozialfälle erzeugen, also zum Beispiel Armut und Hunger in der Welt begünstigen, um dann wieder eine Grundlage zu haben, selber mehr Spenden erbetteln zu können. Aber die Logik ist eigentlich die gleiche, also der, die Sozialspartler zum Beispiel erzeugen Massenarbeitslosigkeit, zum Beispiel über die Ideologie der Mindestlöhne und der Gewerkschaften und der Gewerkschaftslöhne, Tariflöhne und erzeugen Massenarbeitslose und die leiden dann und die können sie dann betreuen und dann kriegen sie mehr Gehalt und können Karriere machen, können Vorgesetzter neuer Mitarbeiter werden, das ganze Betreuungs, soziale Betreuungssystem wird größer und dann kann man darin mehr verdienen, mehr Karriere machen und 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 aufsteigen und so weiter und bei NGOs ist der Geldfluss halt ein bisschen anders, da ist er nur minimal anders, ja, da sozusagen kommt das Geld nicht, was weiß ich, von irgendwelchen staatlichen Arbeitgebern oder kirchlichen Arbeitgebern, sondern es kommt sozusagen bei NGOs kommt das Geld aus den Spenden und dann über die Geschäftsführer zu den anderen Mitarbeitern und so weiter, sodass man also sagen kann, das funktioniert so, die NGOs glauben ihre vorteilbringenden Irrtümer, richten riesige Schäden in der Welt an, begünstigen Not, Hunger und Elend in der Welt, indem sie überall das Falsche tun und nutzen dann quasi in ihren vorteilbringenden Irrtümern wird quasi das, was sie alles an Elend auch mit erzeugen und mit begünstigen in aller Welt, wird dann eben als Argument verwendet, warum die Leute doch so viel spenden sollen und das gilt also für die Menschenwelt und die Tierwelt in aller Welt sozusagen und dann spenden die Leute und dann beziehen die Geschäftsführer gute Geschäfte und die Mitarbeiter kriegen dann von den Geschäftsführern wieder ihre Gehälter ausgezahlt und so weiter und auch dort gilt dann sozusagen je mehr Schaden wir in der Welt nicht bewusst durch nicht bewusstes schlechtes Handeln anrichten desto mehr Spenden aufkommen und desto mehr Verdienstmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten innerhalb der NGO und ja das ist der Witz so müssen wir das verstehen und dann verstehen sie auch warum die NGOs so vehement solche Dinge ablehnen solche Naturmechanismen ablehnen wie dass man den Hunger in der Welt innerhalb von ein zwei Generationen völlig zum Verschwinden bringen lassen würde indem man einfach das Naturgesetz akzeptieren würde und das linke Frauen Emanzipationsprojekt akzeptieren würde mein Bauch und mein Neugeborenes gehören absolut mir als Frau das ist linke Emanzipationsbewegung das würde dann dazu führen dass Frauen die sehen aha ich kann mich nicht ernähren und ich kann werde auch mein Neugeborenes nicht ernähren können selber und es gibt mir auch niemand was weil es keine NGOs mehr gibt die mich dann die mein Kind füttern sozusagen also entscheide ich mich gegen das Kind nehme das Kind nicht an gestern habe ich den Film gesehen wie Moses auf dem Nil schwamm sozusagen ja und das ist einfach dieses was wir überall in der Forschung gefunden haben dass es zum Naturrepertoire gesunder natürlicher Frauen gehört Kinder auszusetzen die man nicht gut ernähren kann oder die sonst wie stören oder bestimmte Defekte haben oder was auch immer also es gibt ein natürliches Verhältnis dazu dass in der Natur Mütter keineswegs jedes Kind annehmen auch bei Schweinen findet man das da ist braucht es nur sein dass der Wurf ein bisschen zu klein geraten ist dann frisst die Mutter alle Neugeborenen wieder auf und kriegt dann lieber einen größeren Wurf beim nächsten Mal und dann hat sie mehr Fortpflanzungserfolg als auf einen kleinen Wurf sozusagen in der Summe hinterlässt sie wenn sie jedes Mal zu klein geratene Würfe auffrisst hinterlässt sie in der Summe mehr Aussackungen ihrer selbst in die Zukunft hinein und das ist ja das entscheidende in der Evolution wie viele Aussackungen meiner selbst in die Zukunft hinein habe ich hinterlassen weil alles andere was das nicht tut stirbt ja aus wie die Dinosaurier ja das bedeutet letztendlich ja dass eben die NGOs und die Sozialspartler kämpfen mit allen Kräften gegen diese naturgesetzliche ja dieses Naturrecht der Frauen dass nicht nur ihr Bauch sondern auch ihr Neugeborenes ihnen ganz allein gehören denn dann würden die Frauen sagen okay ich kann mich selber nicht ernähren weil ich irgendwie nicht fähig bin irgendwie nicht fähig genug bin mir selbst meine Ernährung zu ernähren und jetzt kriege ich auch noch ein Kind jetzt habe ich hier Neugeborenes und dann nehme ich doch die Hilfe meines Staates an dass dieses Kind völlig schmerzlos einschlafen darf in einem glückseligen Zustand und so weit wie die Schweine muss man ja nicht gehen dass man das am besten aufisst aber die Kredel-to-Kredel-Leute empfehlen uns ja eigentlich wenn man das mal konsequent nimmt was Kredel-to-Kredel sagt sagt was machen wir eigentlich eigentlich in der Natur jedes Lebewesen das stirbt wird ja zum Dünger für den Boden auf dem wieder dann unsere morgen wieder unsere Nahrung wächst sozusagen und was machen wir eigentlich wir buddeln die Leichen so tief ein dass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann dass daraus wirklich ein Humus wird auf dem wir wieder unsere Nahrung produzieren das heißt also dass wir ich weiß es nicht genau aber ich vermute dass wir über unsere Friedhöfe eigentlich der Natur ständig hochwertigen Boden und dadurch auch hochwertige Nahrung entziehen das ist quasi so ähnlich wie wenn wir quasi wenn ich mir vorstelle wir würden alle unsere Menschen alle Gestorbenen beerdigen in irgendwelchen tiefen Salzbergwerken dann wären sie ja dem Ressourcen und Stoffkreislauf völlig entzogen dann kann ich mir nicht vorstellen dass wir letztendlich noch genügend Stoffe haben um uns noch gesund ernähren zu können weil wenn jeder der stirbt nicht mehr in den Naturkreislauf zurückkommt also auf jeden Fall war es in der Evolution immer völlig anders jedes Lebewesen das gestorben ist hat unseren Boden gedüngt und dann wuchsen darauf wieder hochwertige Pflanzen mit allen wichtigen Stoffen und dann haben wir die wieder gegessen und dann ist gut und das muss man mal überlegen darüber muss man mal nachdenken ja 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 und wir leben um das nochmal ganz klar zu machen wir leben seit 400.000 Jahren im Zeitalter der Gesellschaften und da hätten wir überall positive Anreize setzen müssen das heißt also wir müssen die Gesundheitsindustrie belohnen wenn sie uns hilft über ein faszinierendes Wochenend und Freizeit Kursangebot dass wir nie krank werden dass wir kerngesund dass wir länger glücklicher und gesünder leben dann wenn sie dafür belohnt werden dann wird es keine vorteilbringenden Irrtümer geben sondern sie werden in der Wahrheit leben und werden eine Einheit darstellen von wahrhaftiger Fassade und gutem tun und dann sind wir wieder im Zustand von vor 400.000 Jahren und da müssen wir wieder hin zurück nicht ganz zurück sondern eben wir haben dann zwar Gesellschaften mit Tauschhandel Marktarbeitsteilung aber eben auch mit starken positiven Anreizen und dann funktioniert alles die Alternative wäre wie schon oft gesagt den Tauschhandel Markt und Arbeitsteilung generell abzuschaffen Aber ich weiß nicht aber ich weiß nicht ob wir das wollen ne Ja und von daher also noch einmal abschließend für heute Wir sind es wir Bürger wir WählerInnen wir zwingen die Gesundheitsindustrie dazu uns krank zu machen weil wir ihr quasi sagen wenn du uns gesund hältst gebe ich dir gar nichts dann kriegst du kein Geld und gehst pleite Wenn du mich krank machst dann gebe ich dir viel Geld Na und was bleibt dann der Gesundheitsindustrie anderes übrig als uns krank zu machen Ja Ja und ich hoffe Sie haben verstanden dass Psychologie völlig anders ist als alles das was Sie bis jetzt darüber an Pseudopsychologie gelernt haben Das ist die was ich Ihnen nannte ist die einzige echte wahrheitsorientierte Psychologie Psychobiologie Evolutionspsychologie Evolutionsbiologie und die Parteien die Neuparteien neigen im Moment dazu mit Pseudopsychologie Pseudoreformen sich auszudenken und das kann alles nur scheitern Ja Aber gut Das war's wieder mal für diese jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute mit unseren offenen Briefen an alle Beteiligten wie Sieber Füllmich Köhnlein Reuter Rosen Schwab Rupert Fischer Sönnigsten Kämmerer Heinz Chris Bresson Sattelmeier Professor Martin Harditsch könnte man noch nennen in Österreich und so weiter Ja Leute Ohne die Next Scientists for Future die E wird das alles nix da wird alles schief gehen Ihr werdet einfach nur kläglich scheitern weil euch alles fehlt an Kompetenz um das Wunder zu schaffen eine neue große Volkspartei hinzukriegen Tschüssi bis bald aparti 2 ch band to cy Vielen Dank.